Hey, hey! Hallo, liebes Internet. Und heute probieren wir mal etwas Neues im Musotalk Multiversum. Ein neues Format. Komponierte Pausen. Darin geht es in einer 1 zu 1 Situation mit einem Gast oder Gesprächspartner vielmehr. Darum ein bisschen etwas über den Hintergrund von Ideen, Arbeitsprozessen, vielleicht Zugehörigkeiten von Genres, Gründe, warum man Dinge so einspielt oder so produziert, wie es halt der jeweilige macht. Philosophien, warum aus welcher Intention vielleicht Gutes entstehen könnte. Das ist für mich manchmal wichtiger bzw. wichtiger, nicht? Schon wichtiger. Aber mindestens sehr, sehr deutlich interessanter als die Idee ist Studio One. Klingt das besser als Ableton? Klingt das besser als Pro Tools? Klingt das besser als Logic oder Cubase? Weil schon, ich glaube, den größeren Unterschied macht doch die Person und nicht die Abtastrate oder irgendein Algorithmus im Hintergrund, die vielleicht doch sehr ähnlich sind. Okay, das noch ein bisschen die Spielregeln erklärt. Es gibt sechs Kategorien und acht Fragen. Und ich werde mit einer Handy-Würfel-App oder später dann, wenn wir weitere Folgen drehen, mit einem richtigen Würfel, eine von acht vorbereiteten Fragen pro Kategorien. Dann wählen. Wir würfeln und eine von den acht wird dann erwürfelt. Die stelle ich dem Gesprächspartner. Und dann werden wir einfach über dieses Thema so ein bisschen reden. Heute haben wir den großartigen Moulator. Unglaubliches Wissen über Synthesizer, über elektronische Musik, über Instrumentenkunde. Nicht umsonst der Herausgeber des Synmax, des Synthesizer Magazins. Ich habe ein paar Mal in echt getroffen. Das war auf der Superbooth. Und auf einem Festival haben wir auch gemeinsam gespielt, beziehungsweise am selben Tag in München. Und auch dort hat er sich als sehr, sehr netter, humoriger. Und wir teilen, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Schnittenmenge, was den Humor betrifft. Aber wirklich, es ist nicht der Typ, der fünf Minuten vor dem Auftritt kommt, die Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vorgruppe und dann irgendwie sagt, schiebt mal euer Zeugs da weg, ich brauche Platz und hat es nicht nötig, den ganzen Tag da vorbeizukommen. Sondern ist dort, ist kollegial, hilfsbereit, sehr lustig, macht den Tag wirklich so etwas angenehm. Stress ist da genug. Wir hatten da viel Spaß. Und ja, auf der Bühne ist er sicherlich, aber das werden wir noch hören, eine leicht andere Bühnenpersönlichkeit, als er vielleicht im richtigen Leben ist. Zum anderen mag er auch das Wort zum Beispiel Authentizität nicht. Obwohl, grob gesagt, hätte ich gesagt, das ist eine der authentischsten Persönlichkeiten, die ich kenne. Aber er mag das Wort nicht, weil es wirklich viel mehr darum geht, nicht um den Lifestyle-Moment, das Authentischsein, so würde ich ihn einschätzen, sondern um das Reflektieren, um die Reaktion auf den Moment, um den Moment musikalisch für sich am wertvollsten zu gestalten. Ich glaube, das ist ihm auch offensichtlich sehr, sehr wichtig, seine eigene Musik zu kontrollieren. Vielleicht pedantisch, vielleicht sehr, also so genau, er hat genaue Vorstellungen davon und setzt diese denn auch durch. Bis dann halt die Musik und auch das Album oder der Output live, wie auch immer, dann wirklich so ist, wie er sich, also so möglichst nah wahrscheinlich, wie er sich vorgestellt hat. Wir werden auch hören, warum er vielleicht auf DJ-Veranstaltungen, wo er als 80s-DJ oder sowas vielleicht auflegen würde, nicht als erstes Blue Monday spielt oder vielleicht auch gar nicht Blue Monday, sondern vielleicht auf andere Stücke, die eher die Situation erfolgen oder nach vorne pushen und nicht unbedingt der einfache Sieg mit Blue Monday und Radiohead Creep. Okay, habt viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns häufiger in diesem Format und klickt auf den Link in der Beschreibung, weil das ist nur das Intro und das richtige Video, also das lange Video, ist dann beim Musetalk. Okay, habt Spaß und bis bald. Ciao.